So, da bin ich wieder. Lad mich erstmal auf deinen Server ein, damit ich nicht auszusehen das Geld verliere, wenn ich abgeknallt werde. Was soll ich das machen? Wieso, was willst du machen? Welches? Achso, dein Mikrofon. Du kannst ruhig die Party mit anmachen, mich stört das nicht. Mich stört das nicht, ne. Ja, das ist ja kein Problem. Ne, das Schlimme ist dann einfach für die Leute, die zuschauen, wenn du sinnlos, gefühlt sinnlos, einfach so im Raum rumredest und die Leute nicht wissen, worüber du redest. Bei mir ist jetzt gerade keiner mehr da, weil leider der Absturz von Twitch kam. Nach gefühlten zwei Stunden. Bei mir ist jetzt wieder einer da. Ich weiß nicht, ob der dich hört jetzt. Nee, nee, Party-Dings hab ich mit an. Ja. Ja. Ich hab meine Kommentare jetzt an. Ich hab auch einen Zuschauer drauf. Ähm. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so jetzt sollten die leute die bei zuschauen mich hören und andersrum auch wir sind jetzt auf meinem eigenen server oder was was du hast mich jetzt schon wieder eine party eingeladen wieso hast du mich jetzt eingeladen in der party warst du von uns drin oder wasser von uns drin so übertragung deiner stimme zulassen wenn du zulassen willst kann deine stimme in der übertragung eines anderen spielers enthalten sein und jetzt ist bei mir nicht übertragen drinnen ja ja ich kann es aber nicht umstellen ist das eine private party warum kann ich dann nicht umstellen jetzt warte zulassen jetzt habe ich zugelassen das heißt also deine kollegen die dich hier zuschauen müssten mich jetzt hören ja wenn dir jemand zuschaut kann er ja mal in die kommentare reinschreiben ob er mich wirklich hört bei mir schaut einer zu und ich weiß nicht ob er mein kollegen hört dass wir nicht recht wenn er mit reinschreiben könnte was wollen wir denn machen da muss ich aber den wien ruf schon mal an ron simeon ron oder martin noch mal läster da habe ich gerade einen reingekriegt genau wenn ich das nur wüsste ich guck mal ein ein job für einen titan klingt eigentlich schlecht ach so da steht hier ein job für einen titan das kann ich dir nicht sagen in der karte ich hab ich das bei dir in der karte drin abgesehen wie schön du gefahren bist ne also ich vermute jetzt mal die das magazin bist du bereit das magazin hat was mit dem crew level zu tun ach so ok weil ich steige zwar im crew level aber nicht in meinem eigenen eigenlichen level und habe aber jedes mal mehr mehr munition vermute ich jetzt einfach ne ja also ich bin jetzt die du bist fertig wie auch immer oder wie immer da sind wir wieder ein job für einen titan läster aber irgendwie ist diese 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 sachen die kommentarbox doch so ein bisschen nervig stelle die titan die ganz auch ausstellen ja oder in der die kommentare menschrichtig aber wenn die karte kann man zuschaut dann kannst du es ausmachen kreifen ist ein flugzeug ja da fliege ich kein ding ja da fliege ich kein ding ich hab jetzt erstmal die die pause gemacht wenn kommentare kommen kommt rein warte ich mach mein handy an aber eigentlich müsste das ja gehen aber irgendwie wohl auch nicht ne ja da müsstest du irgendwie so ne chatbox haben ja in dem twitch app fürs handy ist ne chatbox aber die funktioniert nicht wirklich äh das ist aber nur ne kanal chatbox das hat mit dem video nichts zu tun naja natürlich kann doch da reinschreiben dann steht das bei mir drinnen ja ja und nicht im spiel sondern das ist einfach nur nach einer reinen kanal chatbox so stand es zumindest da in der in der in der erklärung ok wer hat mich der ortho gewundert aber ich hab doch da vorn reingeschrieben und das stand auch da weil wo willst du im kanal in den chat hinlegen ne und so hast du auch ja das dachte ich ja auch das dachte ich ja auch aber naja gut nichtsdestotrotz wir machen das ja wie gesagt nochmal google google vielleicht hat ja doch eh noch irgendeine idee ja es gibt verschiedene twitch apps oder beziehungsweise streaming apps die twitch was hast du ja 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 kontrollier mal ein bisschen dein auto Ja, die kriegst du eh genutzt, wenn es dann nicht so ist. Jetzt müssen wir gleich noch mal aussteigen. Weil die schießen nicht auf uns. Nein, stell es mal quer hin, ne. Dann schießen wir die ein bisschen mit der Sniper ab. Na gut, jetzt nicht mehr. Ich steig immer auf der falschen Seite aus. Die falschen Seite. Ich hab schon ein im Visier. Das ist gar keine. Genau. Oder ich nehme die richtige Sniper. Das Ding geht mir auf den Sack. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Ich bin schon. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Oh, scheiße. Du kannst eigentlich einsteigen. Oder willst du kurz hier warten? Dann gehe ich vor. Nee, ich hole die Karte. Warte, 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 ich will kurz nur was essen. Ich gehe aber rechts. Was? Ich gehe, denn du gehst über links, was ich dachte. manche das sind noch ein paar das sind noch mehr als ein paar was macht er denn? na ihn abknallen hast du sie alle? ne die haben mich voll im visier da bin ich gerade dran ist ja auch nur sein fuß ne? ja er ist jetzt schon tot nein die sind oben auf dem geländer scheiße warte ich komme ach da hängst du kannst du den vom geländer runter schießen der bei mir oben auf der seite ist ja warte ich gucke mal wenn ich den sehe das ist natürlich schlecht hier mit der und ich schieße den bei dir runter ja der oben ist weg also ich gucke mal noch ringsherum auf dem geländer mach ich auch ich sehe soweit keinen ne? sehe ich auch nicht mehr auch müsste eine welche da sein ach hier vorne sie mal ne? ich brauche den übernaufen hier hinten ich jagse mal ein bisschen vor ne? da hinten ist einer auf jeden fall ups was wo ist denn der genau? ach hier hinten neiiiin ich bin dann geduckt alter ok wird noch verkehrt rum hingestellt die karre also ganz hinten links und rechts ist nur einer die sind aber nur mit unten oh lol der schießt durchs auto wie geht denn das? ja klar geht der der ist tot glaube ich jetzt na? bei dir noch was? ja bei mir hier vorne ist jetzt noch einer scheiße ich sehen sie aber lol wollen das hin? ja meine auch jetzt muss der lkw weg ich spring ins flugzeug alles doch ich spring ins flugzeug ich spring ins flugzeug ich spring ins flugzeug aber im hoch jettaut ja 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 jetzt weiß ich schon nicht da kriegst du den noch gewandig? Boah, wohl oder übel kommen wir. Was? Ohne kaputt zu machen. Ja, runter kommen wir immer, gar keine Frage. Das wäre ein Motto für eine Fluggesellschaft. Ja, ich versuche es noch mit dem Auto zu fahren. Ja, du kannst es eigentlich. Ja. Kommst du überhaupt noch raus dort hinten? Naja, irgendwie schon. Mal gucken, wo es hin muss. Du musst mal ein Looping fliegen mit dem Ding. Nee, das schafft er nicht. Ja, wollen wir warten. Boah, die haben wir hier hinten. Ja, irgendwie witzig. Ja. 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 Ja, wo ist denn die Landebahn? Die da hinten? Ja. Ja, dann willst du mich von der Seite anfügen. Ja. 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 Ja, ich bin da, aber ich muss mal ganz stark runter, ne? Ich bin recht weit. Oh, die Propeller sind aus. Ist auch geil. Was? Die gehen gar nicht mehr, geht die Propeller aus. Ach so. Aber geht noch. Hast du deine Ziehweben hier gestoppt? Was bin ich? Bist du vorhin gestoppt? Nee. Geh deine Ziehweben hier? Ich seh's. Komm rum, das Ding. Komm rum. Nicht übersteuern. Ah, das wird so weit und zurückkommen. Die Jute, die hat einen... Noch nicht, ne? Ah! Jetzt muss ich noch mal hochkommen. Noch mal weiter Schwung holen. Naja, jetzt muss ich weiter Schwung holen. Jetzt muss ich weiter Schwung holen. Ach doch, ich bin doch gestorben. Mich hat doch der Typ von der... Oben von der Reling abgefeffert. Ach stimmt, genau. Ich denke, ich bin der Karte fast rum. Aber jetzt sieht's gut aus. Wie lange war das hier? Ach ja, ich hab jetzt gelandet. Und ich bin der Karte auf dem Boden zu machen. Oh, das war das Gitter. Na? Die lenkt nicht. Ja, jetzt muss ich die... Ist da vorne irgendwas los? Wohl, wenn ich die abgebe? Das weiß ich nicht. Äh, dann warte mal noch. Ich komm schon mit dem Heli. Ich komm nicht mehr auf die Ländebahn drauf jetzt. Da die Karte steht, ne? Das sieht nicht so aus. Du bist jetzt gelandet schon. Ja. Ich geb die ab. Ja, gib's ab. Na? Jetzt. Na ja, 19.000. Das geht, ne? Nö? Nö, aber 3,6, ne? Und 3,5 nochmal drauf. Das geht hoch. Das machen wir jetzt. Vision? Naja, klar. Das klingt gut. Ich werd mal demnächst auch mal probieren, das Ganze alleine zu machen. Mit hinter den Zaunstellen, ne? Ach so, ja. Mh, na. Ich hab keine Jobs mehr so zur Verfügung. Mal gucken. Mal gucken. Du hast noch? Ich hab nur welche, ja. Schön. Okay. Irgendwann. Und ab in die Pampa. Bähil´n. Geht ja gar nicht. Non-Stop, ja, Non-Stop-Musik, das brauche ich jetzt ganz doll. Was ist denn überhaupt? Ja, ich bin bereit, Martin. Ich sehe, jetzt habe ich schon 3900 Munition. Wir müssen wieder einen umbringen und ein Foto machen und dann wieder zum Martin sehen. Da scheint irgendwie Martin seine Lieblingsmission zu sein. Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wenn es die alte ist, die wieder zum Bullen fährt, ne? Ne, das ist diesmal ein Journalist, der zum Bullen fährt. Ist ja das gleiche, ne? Das fährt alle zum Bullen. Wieso leuchtet denn mein Handy? Das ist meine Karre. Was, welche? Das ist meine Karre. Du, du, liebe Scheiße, wo du die gespawst? Ah, komm, nehmen wir die Karre los. Du schießt. Ja. Mach mal. Ich stelle nochmal kurz meinen Chat ein, damit ich das sehe. Ah, la, la, la. Das ist ja auch gleich da. Da vorne, da vorne. Rot. Rot. Ja, vor. Vor, 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 rot. Ne, ich fahr. Ja. Am nächsten Ampel. Feld vernähen. So, stopp. Gebrochen. Ja, bleib mal ganz geschmeidig. Na, komm, geh hoch. Hä? Du hast schon. Ne, eben nicht. Steig ein. Nein, ich hab nicht. Nein, bei mir. Nein, du musst ja das Foto machen. Du musst ja nur das Foto klauen. Rein, rein, rein. Ach so. Ich dachte, du musst das Foto machen. Ne. Du hast falsch verstanden. Oh, gerade. Ja, Junge. Ja, Junge. Und ich steig aus und versuche da ein Foto zu machen und das Ding will. Ja, ich hab's jetzt erst gesehen. Du hätt's eh aussteigen müssen. Da raus. Jetzt runter. Gerade auch. Ach, komm, wir gehen ins Trip Club. Alle? Ja. Bleib doch mal öffnen, wo stehen, ne? Genau. Ach, eine Aktentasche. Ich würde mal interessieren, ob ich jetzt wirklich mal, warte mal, ich mal mein Laptop Passworteingabe, wie ich das hasse. Achso, mein Stream hat ja hier rumgepackt mit dem Drecksnaptop. Ich will einfach mal hören, ob das funktioniert, wenn du quatschst. Das war mein Freund. Ja, ja, ja. Wo ist jetzt meine, ach, meine Maus ist weg. Ich muss ihn mal löschen. Ja, ja. Irgendwann ist es wunderbar. Richtig. Au, Martin, du. Da haben sie in der Innenlampe weniger die Sturm verbraucht. Oh, was ist hier los? Ich hab doch Grün. Also das andere Grün.